...Hey, ich habe denn navigiert. ItsLoro hat man wieder debembered. Rein in die Masse, let's go. ... wenn Sorry ein neues Video hochlädt... ...tschoooooooooooooooooo! Happy Owl Happy Owl Hurriày Week見 Har bandwidth 기는 � Fokussiert Erstmal sich blockieren Die anderen Ach, jetzt Loro, du Ehrenmann Tschüüüü Loro, du Ehrenbruder, ich küsse dein Herz, ja Boah, das wird so geil, wenn Max jetzt mit auf Mykonos kommt Ich kann den jeden Tag baden und waschen Ich werde den richtig sauber machen Noro, Mykonos wird Content für dich Der Schlüsselbein ist zweimal gebrochen Zwei Mal gebrochen Das war jetzt tatsächlich der schwächste Schuss. Ey, neun ist viel. Das ist wie sechs Zentimeter. Das ist auch nicht wenig, okay? Neun ist actually viel. Sechs Zentimeter sind auch nicht wenig. So, wisst ihr? Das ist ja wirklich, wenn das passiert, dann... Keine Angst, Jungs, ich halte es fest. Hi, hi. Moin. Alles klar bei euch? Jo. Bei dir? Hä? Wer ist das? Ich kenne die irgendwoher. Machen die Pornos? Wer ist das? Ah, die machen die Por... Oh mein Gott, das sind Lisa und Lena? Das sind die von TikTok. Ja, genau. Ja, die meine ich doch. Na klar. Hey, Lore, wir danken für deine Streamen. Das ist immer wichtig. Siehe, kriege ich sofort. Du bist ein toller Mensch. Ja, genau. Sind die... Die sind... Die sind über 18, oder? Wie alt sind die... Lisa und Lena? 2002? 19? Entspannt. Nichts Verbotenes gemacht. Wollt ihr euch einmal kurz vorstellen für die Zuschauer, die euch noch gar nicht kennen? Digga, ja, das wäre dann genau an der Stelle ich gewesen. Auf jeden Fall, äh, haben wir unseren zweiten Team C-A-Strecht bekommen. Wuhu! Ab jetzt gibt es also nur noch so eine Musik. Was ist 2 plus 2 mal 2? 2 plus 2 mal 2. 4 mal 2 sind 8. Falsch. Ich habe aber wie 2. Nein, 6. 2 mal 2 ist 4 plus 2 ist 6. Punkt. Punkt vorstrichen. Ach, Nova, ist so dumm. Alles klar. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich glaube, ich werde hier demnächst aus der Wohnung auch rausgespissen. Also erstmal war ich irgendwie um... Hey, Kevin, ich habe zweistellig viele Wohnanheiten. Meld dich doch bei mir. Du kannst eine in meiner Wohnung eins... In meine, meiner Wohnungen... In meine, meiner... In eine meiner Wohnungen eins mir... Einziehen. Ey, nach zu... Einziehen! Kannst du, Kevin, wenn du willst. Das ist ein cooler Cockplatz. Oh, was ist das? Das game ist so wackhaft. Oh mein Gott. Ich geh einen Cock. 4.000 Smokes und 5 Mollys. Digga, ist ein Cockplatz fast. Kevin, auch 3 Uhr in der Nacht. Und jetzt rennt. Ganz ehrlich, von allen Facecams hier im Bild bin ich der hessigste. Äh, hübsch... Ah, Batman! Digga. Und ich habe über Bock, einfach irgendwie nach Paris zu fahren, ins Meer und da einfach... Da einfach zu chillen und zu surfen. Oh, Robata, du bist so dumm. Das kann man also... Der sah irgendwie so aus, als wenn er wo, ähm, mit der Dings gedingst hat, dass er sich dingsen kann. Aha! Dieser Bildschirm kaputt macht gar keinen Bock. Ne, ne, heute ist gechillt. Heute chillen wir. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Doppelbizeps-Pose. Ah! Oh Mann, Nova, wirklich wärst du nicht so geil, hätte ich mit dir echt keinen Kontakt. Oh! Da ist jemand! Oh! Das ist ein Riesending! Das ist ein Riesending! Die Angelschnur ist gerissen! Was habe ich falsch gemacht? Ach, das war ein Ries, das war ein A, das war ein A, das war ein Wal, Digga! Versuch Nummer zwei. Ja, wie! Oh, der ist schwer, der ist schwer, der ist schwer! Den krieg ich gar nicht gezogen, Junge, den krieg ich gar nicht gezogen, Jungs! Zehn Kilo mindestens. Boah, boah, boah! Nicht ganz zehn Kilo. Was ist das für ein Scheißspiel? Ich will das auch spielen. Dann haben wir, ist das so einer von diesen, von diesen Nasenaffen? Nasenaffen? Er schreibt mir einfach Kartoffelnase. Bro, wer bist du? Verpiss dich, du Scheißdun! Ganz ehrlich, muss ich an der Stelle mal gesagt haben. Ich will gucken. Das ist mich als Teil der LGBTQ-Küse zu zeigen. Was ist das? LGBTQ+, LGBTQ+, ist ne Gaming-Organisation. Das ist doch fein, verarsch mich doch jetzt hier nicht. Mann. Ich möchte es wirklich nicht wissen. Das ist kein E-Sports-Team. So ein Drecks-Game, Digga, ja. Ah! Mann, also. Ja, und jetzt kommt die anderen Arschgesichter da noch und blockieren mich. Komm, pisst euch, Digga. Der ist ja noch mehr trash als dich, alter. Wie schreckhaft ist Kevin? Oh mein fucking god! 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 Das heißt, das heißt, das war mir jetzt gerade noch mal auf Englisch. Äh. Digga, also da mach ich mir wirklich Sorgen um seine Gehirnstruktur. Alter! Starkes Video. Starkes Video. Weil wenig Montana Black. Wird gern einen Kommentar schreiben. Ich würde gerne... ...einen Kommentar schreiben. So. Mehr qualifiziert wird's nicht. Dankeschön, Bro. Ah, schis, 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 schu, schi, schi… Vielen Dank.